Live vom Schlager Olymp im Freizeitpark Berlin-Lübars an unserer schönen Wand, ein toller Hintergrund, Julian Darvid. Schön, dass du Zeit für mich gefunden hast. Ich freue mich sehr, dass du Zeit für mich hast oder für uns. Wie war der Auftritt? Ein Hammer, also Berlin liebt Schlager, Berlin ist ja wahnsinnig partyaffin und die haben meine Songs mitgesungen und super Wetter, also Deutschland hat es doch gut mit uns gemeint, der Schlagergott meint es gut mit uns, Hammer. Komm gerne wieder. Ganz ehrlich, sind wir die Hauptstadt des deutschen Schlagers? Ich glaube ja. Das ist Berlin, wa? Ich habe jetzt eine Wohnung in Berlin und ich möchte jetzt natürlich Berlinern und wenn wir uns nächstes Jahr dann wiedersehen, dann schauen wir mal, wie meine Berliner Kenntnisse geworden sind. Wo kommst du gebürtig her? Ganz ursprünglich aus Mannheim, jetzt seit 10 Jahren in München und jetzt Neu-Berlin. Also ein junger Sohn Mannheim. Richtig, richtig. Mit Xavier habe ich auch schon singen dürfen, also sehr, sehr cool. Die Stadt der Musiker schlechten in Deutschland nach Berlin. Ja, mit Joy Fleming, Jule Nigel, Xavier Nigel, Leith Eldin, kommt da auch was denn? Also Wahnsinn. Und auch nicht. Du warst auch sehr, sehr gut und der Auftritt war grandios. Hast du die Mädels eigentlich wahrgenommen, die vorne in den ersten Reihen stehen und sich wirklich die Kehlen ausschreien? Yes! Geil, ja, natürlich nimmt man die wahr und man ist immer wieder sehr freudig. Geflasht? Freudig berührt. Geflasht? Auch geflasht, ja. Der Berliner würde sagen, geflasht. Jetzt hier mal langsam abräumen, also nicht ein bisschen aus der Seite schaffen, weil hier stehen ja Schlangen. Wenn wir das mal zeigen, guck mal, alle wollen Autogramme, alle möchten Autogramme. Hier sieht's aus, oder? Das machen wir jetzt. Soll ich jetzt mal weggehen, damit ihr hier mal reinkommt? Alles klar, wie ist die Stimmung? Schlangen Olymp, wir sind am Stig in die Stadt. SchuhlipzTV! Danke sehr! Dankeschön! Wir sehen uns beim nächsten Mal.